Musik Goddamn, normalster Abend auf einem Geburtstag mit Familie, irgendwas muss immer eskalieren Und damit ein herzliches Moin Moin, wo wir gerade so bei lustigen Spielen mit der Familie sind Die hier spielen so ein XXL Jenga Und er hier kann wirklich alles, außer zu verlieren Das Wort verlieren existiert nicht in seiner Welt Deswegen ist er auch ultra am Tryharden hier, obwohl sie das nur zum Spaß spielen Er macht einfach Karateschlag Wie konnte das passieren? Ich sag doch, er übertreibt Es gab kein Wettbewerb oder so und trotzdem musste er mit seinem Leben reingrinden, damit er gewinnt Ja, hat gut geklappt, ne? Dieser Schrei von ihm, als er ganz genau wusste Oh, ich bin am Arsch, wieso hab ich das getan? Okay, ich hab wirklich die ehrenlosesten Jungs gefunden Und zwar, sie wohnen in einem Studentenheim Und gerade stehen die Prüfungen an für paar Leute da Und die machen es sich zur Aufgabe, den Leuten, die unter denen wohnen, das Lernen zum absoluten Albtraum zu machen Ey, na, haha, wie geil Die da unten wollen einfach nur entspannt lernen und hören den ganzen Tag diese Geräusche über sich Der Stuhl ist wirklich der Endgegner Viel Spaß beim Lernen und viel Glück in der Prüfung Guck mal, für die ist das so ein bisschen Spaß Aber wegen denen verkackt wirklich jemand noch seine Prüfung Bekommt dann Depressionen und dadurch ein richtiges Schachtleben Hm, naja, was soll's Dieser Mann hier ist gefangen in seinem Autospiel Er ist wirklich so tief drin, dass er sogar die Crashs mitmacht Das sah einfach so realistisch aus Ja, besser bleibst du auch in diesem Simulator Haltet den Ja fern von den Straßen Sleeping Water Prank Weinender Emoji, Weinender Emoji, Weinender Emoji Oh, haha, der Junge wurde so aus dem Schlaf gerissen, dass er rausrennen wollte Ja, leider falsche Seite erwischt, Mann Die Tür war da drüben, wie stumpf er da an die Wand klatscht Frank ist auf jeden Fall gelungen Guess my favorite car Okay, okay, also wir müssen erraten, welches Auto sein Lieblingsauto ist Mal schauen, ob wir das merken Äh, keine Ahnung Also, ich hab grad so das Gefühl, dass jedes Auto sein Lieblingsauto ist Okay, okay, okay Ich weiß, welches Auto sein Lieblingsauto ist Der Bruder hat kurz für dieses Auto die Soundbarriere durchbrochen Hm, ja, okay Also, konntet ihr es erraten, welches Auto sein Lieblingsauto ist Naja, ich glaub, das hier Wer auch immer neben diesem Typen saß Mein Beileid Ja, wie es mal wieder typisch für ein Bennett Video ist Diese Jungs haben mal wieder einen genialen Streich vor Und zwar, was für ein Streich Natürlich ein Klingelstreich Und guckt mal, wie aufwendig dieser Klingelstreich ist Der Typ steigt sogar auf das Auto von seinem Homie Nur um auf den Balkon zu kommen Um dann an der Scheibe zu klopfen Oh mein Gott Also wer solche Freunde hat, braucht echt keine Feinde mehr Der Typ da oben tut mir so leid, ne Er ist eigentlich der Typ, er hat die Eier in der Hose Der wurde bestimmt dazu gedrängt Und klopft da oben an der Tür Steigt extra da oben drauf Und dann fahren einfach seine Jungs weg Ey, das ist echt ekelhaft Ne, er ist da oben jetzt einfach stuck Das ist echt ekelhaft Ja, was soll man dazu noch sagen Das indirekte Karma hat geregelt Was wohl mit ihm passiert ist, als da jemand rausgekommen ist Und er das erklären musste Okay, ich hab das nächste Quiz für euch Ihr müsst erraten Welche Nationalität dieser Mann hier im nächsten Video hat Ja Natürlich ist der Deutsche Natürlich ist der ein Deutscher Mann Er ist prüß aufgestanden Und hat sich dazu entschieden Jetzt einfach Speedrun zu machen Im Liegen belegen Das erinnert mich einfach so an meine Mom damals Ich weiß noch, als wir damals mit der Familie im Ägyptenurlaub waren Meine Mutter ist Real Talk 10 Minuten vor um 6 aufgestanden Um schon die Handtücher auszubreiten Ja, okay, das ist vielleicht ein albern Verhalten Aber ich sag euch ehrlich Ich hab's enjoyed, die guten Liegen zu bekommen Oh mein Gott Dieses Video hat so eine Wendung genommen, die ich nicht erwartet habe Classic Festival Und wo wir gerade schon bei Festivals und guter Musik sind Ich hab hier ein Video gefunden von einer Party Und bei dieser Party hat es draußen geregnet Und über der Tanzfläche wurde eine Plane aufgespannt Dadurch hat sich das Regenwasser in der Plane gesammelt Und leider Gottes mussten irgendwelche Leute auf die Idee kommen Hey, lasst mal einfach das Regenwasser aus der Plane rausbekommen Und das kam dabei rum Ja, da ist die Plane Und da sind die Leute mit einem Stock Und ja, sie drücken jetzt halt das Regenwasser raus Ich mein, was soll schon passieren? Ach du heilige Sch*** Ein dickes F an diesem DJ Der Bruder hat da bestimmt freiwillig gespielt Und jetzt ist sein komplettes Equip voller Wasser Es ist alles am Arsch Die Party ist danach vorbei Und vor allem ist auch die Karriere von dem DJ vorbei Die wollten sich einen lustigen Spaß machen Und jetzt ist der DJ am Arsch Ey, das tut mir so leid, ne? Ich hab so in den Kommentaren ein bisschen gelesen Und da meinten die Leute wirklich Dass das Equipment so 10.000 bis 15.000 Euro kostet Allein nur die Mixer, die da stehen Und jetzt ist da Wasser draufgekommen Ach du Sch*** Die Stille danach war so lang Richard von Weizsäcker, Berufskolleg Ich hab keine Ahnung, was das bedeutet Was für Tobias? Das ist ne Taube Wo habt ihr die Taube herbekommen? Der Lehrer denkt sich auch nur grad Oh mein Gott Wofür hab ich eigentlich sieben Jahre studiert? Was macht der denn? Was ist denn, Deutsche? Er raucht Giant, alles Gib mir einen Zigaretten Wie jetzt? Er raucht Zigaretten und Joints Was labert ihr? Das ist ne f***te Taube Die gerade eben noch 10 Minuten In deiner Tasche geschlummert hat Also ich will nichts sagen Aber ihr wisst ganz genau Auf welcher Schule sowas passiert Natürlich auf der Hauptschule in Duisburg Wo auch sonst Als ob auf einem Gymnasium Irgendein Schüler eine Taube Mit in den Unterricht bringt Also wenn ich das so sehe Wie der Schüler seinem Lehrer Eine Taube zeigt Die er gerade auf dem Pausenhof gefunden hat Dann bin ich mir 100% sicher Dass wir in einer Simulation leben Und wo wir gerade schon so über Schüler Und Lehrer reden Also ich muss ja von mir sagen Ich war damals immer ein anständiger Schüler Tatsächlich war ich sogar auf einem Gymnasium Und hab Abitur Ja 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 Euer Bennett hat Schule durchgezogen Und ich war immer so mit den Lehrern Und ich weiß ja nicht wie es bei euch aussieht Aber ich kenne da auf jeden Fall Paar Leute Die sind immer richtig geraged mit dem Lehrer Okay Okay Berüeeg dich Komm runter Was ist passiert Es ist nur Schule Nichts wichtiges eigentlich Spaß beiseite Schule ist wichtig Sieht das wirklich durch Leute Auch wenn ihr keinen Bock habt Ihr wollt doch nicht irgendwie Keine Ahnung Auf irgendeinem Skaterpark Mit einer Elfbar im Mund enden Oder? Nein Das wollt ihr ganz sicher nicht Deswegen grindet immer rein ins Leben Und Schule gehört leider dazu Ansonsten endet ihr noch hier Oh mein Gott Ich hab sowas damals in der Schule geliebt Wirklich Es ist zwar nur so zwei Dreimal im Schuljahr passiert Aber diese Momente Wo ein Lehrer sich mit den Schülern angelegt hat Und es so richtig Streit Richtig Beef Richtige Eskalation gab War immer das Highlight des Schuljahres Ihr könnt mir ja mal gerne Eure krasseste Erfahrung mit einem Lehrer In eurer Schule in die Kommentare schreiben Ach ja Und übrigens Ich hab noch eine andere Information für euch Das Video ist hiermit vorbei Und alle die bis hierhin geschaut haben Müssen einen Like auf das Video geben Ansonsten bekommt ihr in den nächsten 10 Jahren Keine Freundin Deswegen tut es lieber Wirklich tut es lieber Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen Ich küsse doch wirklich euren Arsch Wenn ihr wirklich bis hierhin geschaut habt Wir sehen uns morgen pünktlich um 14 Uhr Bye bye Ich küsse doch wirklich euren Arsch 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 Ich küsse doch wirklich euren Arsch